Hä, wie alt bist du? Das Ding ist, bezeichne nie ein Mädchen als ein Hund, denn die Hunde sind loyal, aber diese Bitches nicht. Das kannst du dir einfach nicht ausdenken, Digga. Das ist doch ein gekaufter Schauspieler, Bruder. Der hat drei Haare am Sack, hat noch überhaupt gar keine Lebenserfahrung, hat in der Schule wahrscheinlich... Ach ja, das kannst du dir nicht ausdenken.